Jetzt sind wir da nicht so toll, ne? Dass ich die Gänse fahre und halte an meinen Zehenspitzen. Habt ihr schon mal Gänsehaut oder Zehenspitzen? Nein. Okay, passt auf. Ich gebe dir gerade einen Schritt und du machst einen Zickzack-Schritt und kommst an die Flanke rein. Für den meisten Wing Chun, Leute, ist das hier Ende vom Wing Chun. Das kann ich nicht mehr darüber. So, das heißt, jetzt gibst du mir mit Fauststoß den gleichen Schritt. Auf geht's. So, wie kannst du jetzt das vermeiden? Wolltest du was sagen? Zauber. 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 Nein, reingehen. Nein. Ich brauche jetzt noch mal einen Kaffee. Aber ich hätte andere Fragen. War das für Anwalt mit diesen Komprimieren? Wolltest Komprimieren. Wolltest Komprimieren. Versuch von erzählen mit dem... 41. Was für ein Land ist das? 49 Deutschland. Kann das sein? Schweiz. Schweiz. Ah, das ist ein Dummy. Kann sein. Der von gestern. Der Dummy Dummy. Oder... Der hat einen Namen, der Dummy. Der guten Dummy Dummy. Dominik. Dominik. Ah. Ich würde nie, wenn ich mit guten Dummies handele Dummy schreibe.